Moin Flazen, hier ein kleines Transfer-Update. Werter Bremen soll Interesse an dem 23-jährigen nigerianischen Mittelfeldstimmer von Lindström, Arco Adams Interesse haben. Er hat einen Marktwert von 1,8 Millionen. Sein Vertrag läuft noch bis Dezember 2024 und er soll einen Ersatz für Marvin Dutsch oder Niklas Fülkow sein. Man darf gespannt sein, was passiert. Ciao, ciao.